Hallöchen, ihr Badenhausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Techno Firma mit dem lieben Schwaben. Die finale Folge, die letzte, ich habe mir die Sachen gegeben für den Blast Furnace. Ich zeige euch wie man den aufbaut. Ja, aber du siehst ja die Sachen, du kannst ja dann immer darauf zeigen, was für Sachen das sind halt. Wir haben schon was vorbereitet, so sollte man anfangen. Als erstes kommt unten der Crucible hin. Also Schmelztiegel auf Deutsch. Genau, genau. Quasi wie drüber beim Ding auch bei dem anderen Hintertür. Ja genau, richtig. Davon brauchen wir nämlich auch zwei, weil halt einer braucht... Wie heißt das Ding, Blumeriert, wie heißt das Ding? Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Rennofen. Okay. Also nicht brennen, sondern rennen. Genau. Und dann muss man... Man muss vier Firebricks jetzt aufbauen. So. Das ist im Prinzip... Ich sehe nichts mehr. Jetzt können wir mal kurz die Steine hier weghacken. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein. Ja, ich habe auch eine Spitzhage. Genau. Und dann hauen wir die weg. So. Das ist schon mal... Das ist jetzt eine Höhe. Man kann das Ding insgesamt fünf hochbauen. So. Jetzt kommt das Nächste. Man braucht jetzt diese Iron Sheets. Die muss man hier dran klatschen. Wie man sieht. Außenrum. Blechverkleidung. Genau. Die muss man dann mit Rechtsklick einfach da dran hacken. Wie stellt man die nochmal her? Mit zwei Eisenbahnen. Ich guck gerade mal kurz. Oder guck nach. Mit einem Double Ingeteilt. So. 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 Und der Blech... Heißt Blechverkleidung bei mir aber... Und Recht findet er nix. Genau. Wie heißen die Ding auf Englisch? Iron Sheet. Warte, ich kann dir die hinschmeißen. Hier, warte. Hier. Da. Ich habe noch welche über. Die braucht man. Ach, Schmiedeisenplatte. Und ich bin jetzt gerade doof. Die können wir jetzt wieder abbauen. Weil da muss man nämlich an Höhe bauen. Weißer, warte. Ich mache mich mal eben kurz eben... Das dauert mir zu lang. Ach, da kannst du quasi jetzt auch... Aus denen kannst du jetzt quasi auch Rüstungen und so weiter bauen. Das dauert mir zu lang. Ich gebe mir die nochmal neu, die Sachen. Aus denen kannst du jetzt auch Rüstungen bauen. Genau. Das dauert ewig, bis du das abgebaut hast. So. Ich gebe mir die nochmal neu. So. So, nochmal Sheets. Sheet. Und zwar Woked Iron. Zack. Und nochmal Firebricks. Ich habe den nämlich einen zu tief gebaut. Der muss einen höher. Geben wir uns ja immer so ein Stack. Passt ja. Können wir gleich immer nochmal bereisen. Denn die bleiben nämlich in die Luft hängen. Die Teile. Dann bauen wir einen höher. So. Dann so. So und so. Und in der Mitte. Den in der Mitte reise ich wieder ab. Und den. Den reise ich auch ab. So. Okay, die fallen doch runter. Toll. Dann reise ich es wohl besser nicht ab. Dann mache ich das so. Dann müsste das auch gehen. Warte. Und hier noch einen drauf, oder? Ja. Und jetzt in der Mitte. Den muss wieder weg. Okay. So. Ja. Pass auf. Dann machen wir das so. Dass ich hier dann auch noch runter baue. Wir haben ja jetzt gerade genug. Warte. Gehen wir da weg? Dann sieht er wenigstens noch ein bisschen schnicker aus. Ja. Dann bauen wir gleich neben eine. Dann sieht er wenigstens ein bisschen besser aus. Okay. Und hier vorne? Dann bleibt auf. Und da kommt der Flasche da wieder weg, oder? Achso, ja. Den kommt so weg. Den brauchen wir nicht. So, die Ecken muss ich kurz einmal aufmachen. Dann mache ich hier nochmal. Die ist weg. Die noch weg. Wann ist er? Moment. Mach hier auch nochmal voll zu. Achso, ja. Klar, kannst du machen. Ne, du. Ich habe keine. Achso. Ja. Warte. Ich gebe dir einfach mal welche. Da, bitteschön. Ah, jetzt sind wir kommen. So. Dann mache ich die Verkleidung wieder dran. Also der unten bleibt offen, als gesagt, gell? Unten der ist offen, ja. So. Und ihr kennt ja schon, ihr seht jetzt, wie viel das wir hier wirklich brauchen. So. Und im Endeffekt kommt jetzt der Blas-Förniss da rein. Da ist er. Den kann man auch schon anklicken. Wenn du angucken möchtest. Ach, das ist der Hochofen. Genau. Achso, hast du schon. So, dann haue ich hier mal kurz noch ein Loch ein, weil hier kommt die. Und den bauen wir wie? Schauen wir mal, wie wir den bauen. Ja, kannst du gerne machen. Hochofen. Hochofen. Aller quasi, er steht in doppelte Schmiedeiseplatte und dann schmelzt sie. Genau. Und für jede doppelte brauchst du vier Barren. Schmelz ziel, das ist quasi auch aus Schamott. Das heißt, da bricht man an einmal. Da könnte man quasi, wie die ganze Tonform, aber das macht. Das muss ja Ding nur abreißen, weil ich den Bellon noch anmachen muss. Wahrscheinlich gebrannt, oder? Ja. Da muss ich mal. Falsch rum. Da muss ich mir nicht brennen. Da brauchen wir sogar zwei Schmiedeiseplatte für so doppelte Schmiedeiseplatte. Richtig. Du brauchst vier Barren für eine. Extrem. Extrem. So, der Bello ist drin. Ach, das ist der Bleiseberg. Den haben wir ja schon da. Genau, den haben wir schon. Genau, jetzt baue ich den Blast-Förnis wieder rein. Genau, ich wollte euch noch zeigen, wie man den baut. Damit ihr bei mir auch seht. Da ist er. Blast-För. Ja, toll, das hat mir den gegeben. Schön, jetzt habe ich 32 Stück da hingeschmissen. Ich packe die mal kurz in eine Kiste. Ich muss nämlich eher drücken, sondern sie geht da nicht. Und dann brauche ich jetzt, wie man sieht, auch einmal diesen Crucible, den wir ja schon mal gebaut haben in einer Folge. Man braucht acht von diesen Iron Double Cheats, wovon man immer zwei einzelne braucht. Die brauchen ein Double Ingot. Das heißt, man braucht immer zwei, vier Stück für einen. Das heißt, man braucht vier mal acht. Äh, ne, warte mal. Doch, vier mal acht braucht man für den Blast-Förnis. Also 32 braucht man alleine für den Blast-Förnis. So wie braucht man hier auch noch immer zwei Barren für eine Verkleidung. Man braucht drei Stück pro Stein. Das sind dann auch noch mal vier mal drei. Das sind noch mal zwölf. Zwölf mal zwei. Noch mal 24 Barren. Also man braucht einige Eisenbarren dafür. So, aber wir machen jetzt mal weiter. Da kommt jetzt Erz und Kohle rein quasi. Genau. Und zwar kann ich euch das auch sagen, man kann immer vier Erze auf einer Höhe bauen. Man muss, ähm, wie gesagt, vier Erze gehen auf eine Höhe. Der kann fünf hoch. Das heißt, man kann 20 Erze auf einmal schmelzen. Wie gesagt, man kann vier Stück reinmachen. Die schmeißt du jetzt rein. Du schmeißt dann auch Charcoal hinterher. So, jetzt hast du die eingesammelt, glaube ich. Oder? Jetzt habe ich sie eingesammelt. Ah, warte. Ne, das erste habe ich auch eingesammelt. Warte. Ja, wir stehen zu nah. Da habe ich sie wieder eingesammelt. Wir stehen zu nah dran. Schmaß mal die vier Stück da rein, wenn es geht. Ja. Sag mal. Jetzt ging es? Ja, jetzt ist es drin. Ist er jetzt schon voll? Ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt vier Eisen rein. Ich gucke mal, ob der voll ist. Ja, ist er. Also Ohr-mäßig, aber Charcoal-mäßig noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Charcoal da rein. So, jetzt wird er voll sein. Ja, jetzt ist er voll. Also man sollte Charcoal immer so viel reinschmeißen, wie es geht. So, und jetzt sieht man, dass Ohr, also Erz und Charcoal gleich ist. Man muss auch zwischendurch mal was nachlegen. Also man sagt, also laut Wiki steht drin, man muss vier Erze und vier Flugs auf jeden Fall da reinschmeißen. Und so viel Charcoal, wie es geht. Also die Flussmittel. Ah, hast du die auch reingeschmissen. Genau. Also man muss, wie gesagt, man muss vier Erze, vier Erzklumpen. Man sollte auch am besten immer das Große nehmen mit 35. Vier Flugs, also Flussmittel plus Charcoal, bis es voll ist. So, und jetzt kann man das Ding, ja, kannst du mal einfach an den Rechtsklick, ja. Auf den Furnace, genau. Und jetzt rennt er. Problem ist, man muss immer darauf achten, die Charcoal, die sollte immer hoch sein. Weil das ist jetzt schon eins weniger. Genau. Und ich zeig's jetzt auch an, Holzkohle drei von vier und Erze vier von vier. Genau. Und ich schmeiß jetzt mal ein bisschen Charcoal neu oben drauf. So, und man muss... Und ich bombe mal ein bisschen nach Luft. Und ganz wichtig ist, dass dieses Stahl jetzt auf, genau, auf Weiß muss. Der darf nicht zu hoch sein, dann sag ich dir jetzt schon. Sonst geht das kaputt. Okay. Also dann musst du immer ein bisschen drauf gucken. Also der muss quasi, also ganz oben ist aber weiß. Nee, der muss ganz nach oben, das ist richtig. Das ist richtig. Nur du musst halt am Ende darauf achten, dass du nicht zu hoch pumpst, weil sonst... Und was kommt da oben rechts rein? Ähm, oben rechts? Wo bist du denn jetzt gerade bei einem Blast-Furnace? Das weiß ich gar nicht. Nee, ich... Was da reinkommt, das kann ich dir nicht sagen. Der Holzkohle geht nicht rein. Nee, ich glaube, da geht wahrscheinlich gar nichts rein, oder? Irgendwas muss hier reingehen, sonst wäre das Ding nicht da. Äh. Weißt du, was ich meinst? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, da oben war nichts dran bei dem Video. Ach doch, doch, doch. Ach, ich hab's vergessen. Ah, Moment. Wie hieß das Ding? Jetzt mal kurz gucken. TU. Weil das wird jetzt gar nicht heißer. Das bleibt jetzt hier quasi bei leicht gelb stehen. Ah, wie hieß das Teil Ding nochmal? Da, oder? Ah, da ist es, ja. Ähm, dann nehmen wir mal einen Vogt-Iron. Pass auf. Ich leg das mal rein, dann zeigst du denen das. Das muss man nämlich da reinlegen. Das ist so eine Art Ausfluss. Schmiedeisen und eine Düse. Genau. So eine Art Ausfluss-Teil. Und den baut man... Ach, wenn du jetzt Düse... Jetzt hat er mir Düse auch ein Haken drin. Vorher war bei der Düse nicht mehr X. Genau. Und du musst, wie gesagt, den baut man auch wieder mit Double Sheet. Das heißt, wieder vier Barren Eisen braucht man das Teil. Das geht auch kaputt, das Ding. Und irgendwann, wenn es heiß genug ist... Jetzt wird es heißer, ja. Dann fließt das unten raus. Dann fließt das unten in die Crucible. Genau. Und geht dann in die Form rein. Seht ihr auch gleich, denke ich mal. Das heißt, dann musst du gleich... Du musst pumpen. Pumpen mal. Ich sag dir Bescheid. Ich hab das schon die ganze Zeit pumpen vorher. Ja, ich guck gerade. Also pumpen... Ah, jetzt... Ja, weiter. Jetzt warte mal. Charcoal ist ein runtergegangen. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert, lustigerweise. Jetzt geht er wieder runter. Was ist denn da los mit dem? Den musst du quasi die ganze Zeit pumpen, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Das kannst du quasi deine Leute gar nicht machen. Der geht aber nicht mehr höher. Also das heißt, du bist schon ganz oben. Passiert auch gerade nichts. Warum passiert da nichts? Was soll das? Was ist da unten vielleicht auch noch Holzkohle rein? Nein. Oder kann man nicht Holzkohle reinlegen unter? Normalerweise sollte das... Kann man? Weil der Keramik war nicht drin, aber der ist ja auch... Nee, nee, der ist ja zum Schmelzen noch. Der ist ja auch auf kalt. Ja, der ist nicht schlimm. Es geht aber auch wieder runter. Warte. Gucken wir mal, ob wir es noch mal machen. So, da haben wir der Turvey. Das ist klar, inaktiv, aktiv Blast. Der ist ja aktiv. Smelting ores. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch. Mal, ob es jetzt hier geht, wenn ich hier wieder pump. Wir müssen noch mehr Holzkohle reinschmeißen. Das ist schon weg. Ich habe die Holzkohle rein, aber nochmal. Ist durch. Ist fertig? Ja. Wir haben jetzt Pick Iron unten drin. Wir haben jetzt einen Barren, sowie nochmal 40 Einheiten. Sie sind ja 4x35, das passt ja. Also Roheisen jetzt quasi. Ja, genau. Aber du hast jetzt schon rausgenommen, oder? Ja, eins ist noch da drin. Kannst ja gucken, wie das auf Deutsch heißt. Im Kussable unten. Ja, Roheisen. Ach so, Roheisen. Ja gut, auf Englisch heißt es Pick Iron. Warum auch immer. Ungeformtes Roheisen. Genau. So. Warte mal. Ich haue mir mal kurz ein Brot rein hier, weil ich die Wirbel da um mich rum habe. So. Das ist immer noch weiß. Das müssen wir auf gelb kriegen. Und was machst du denn mit dem? Ich habe es eben kurz abgekühlt. So, jetzt haben wir einen Pick Iron Barren. Den kann man jetzt schmieden. Und zwar in normalen Stahlbarren im Prinzip. So. Auch wieder mit Flussmitteln dabei? Ja. Wir sehen jetzt zwar nicht, aber er will ich jetzt gerade wieder dran. Das Rode bewegt sich nicht, wenn er es macht. So, da habe ich High Cabo. Jetzt haben wir einen Hartstahlbarren. Genau, Hartstahlbarren. Den musst du noch mal schmieden. Okay. Und wenn der jetzt kalt wird, dann müssen wir quasi eine Schmiede wieder hitzen, oder? Genau. So, jetzt haben wir es fertig. Kannst du rausnehmen? Jetzt haben wir einen Stahlbarren. Jetzt haben wir den Stahlbarren produziert. Das ist der erste Stahlbarren, den wir natürlich jetzt ercheated haben im Prinzip. Aber so baut man Stahl. Von dem Stahl muss man jetzt wieder natürlich Double Cheats machen, damit man Stahl-Amboss kriegt. Was Tier 4 bedeutet. 2 von denen wieder für 1. Genau, du brauchst 2 von denen für... Du brauchst quasi wieder 8 oder 10 Stück für einen Barren, für einen Amboss. 8. Ne, 16. 8. 16 Barren. 16 Barren. 16 Barren brauchst du. Und... mit den Verkleidungen, die unten braucht ihr nicht. Das ist jetzt nur optikmäßig. Also das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Schamott-Steinblock 4 Stück. Pro Höhe braucht man 4. Und das heißt, ihr braucht quasi 5, 4, 2, das heißt, ihr braucht 10 Schamott-Steine. Und um 10 Schamott-Steine herzustellen, braucht man 10, 5, 4, 20 Schamott. Und 1 Schamott kriegt man aus 20 Schamott mal 4, das heißt, wir brauchen 40 Grafit und 40 Karolinit. Genau. Dann haben wir 4 so Dinger hier. Genau, wie gesagt, man kann... Dieses Teil kann man 5 hochbauen, das heißt, man kann 5 mal 4 Erze reinmachen, 20 Erze maximal. Ja, das ist quasi die kleinste Größe, die es gibt. Genau. Mit Rich kann man dann halt, was sind 20 mal 35, sind 600, 700. Man könnte da 7 Barren rausmachen. Also 7 Barren ist das Maximalste, was geht mit dem Ofen gleichzeitig. Wie gesagt, man muss immer... Das kann ich euch sagen, das habe ich mich gerade noch nachgelesen. Man hat hier zum Beispiel 4 Orse drin, wie wir gerade hatten, 4 Stück. Also soll ich nochmal... Also ich schmeiße jetzt hier 4 mal... Genau, 4 Stück. Ja, ist der Erz rein. Dann haust du da Flussmittel hoch. Ich habe keine Holzkohle mehr. Flussmittel habe ich auch eins. Warte, ich schmeiße mal Flussmittel hinterher. Da musst du genau auch 4 Stück reinschmeißen. Und dann 4 Holzkohle. Jetzt habe ich natürlich... Genau, und Holzkohle musst du voll auffüllen. Am besten. Einfach voll machen. Bis oben hin. Ich habe das Eisen wieder eingesammelt. Warte, wie viel hat der jetzt drin? Ja, du musst noch Eisen rein tun. Drei Stück. Fehlen. Das ist das Problem, du sammlest halt immer wieder auf. Achso, ja. Jetzt hast du es wieder aufgesammelt. So, warte mal. Ich weiß, glaube ich, woran er liegt. Ah, jetzt. Du musst ihn halt immer direkt mit Flussmittel voll machen auch. Sonst geht das nicht. Jetzt ist er quasi voll. So, jetzt ist er voll. Und was ich sagen wollte. Wenn du jetzt Rechtsklicken machst. Du hast ja da so eine Leiste. Ohr und Scharkohl oder halt Erz und Holzkohle. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anfangen. Du stehst im Weg. Ist ja gut. Jetzt. Die Holzkohle muss immer gleich sein mit dem Erz. Die Leiste. Die muss immer gleich sein. Sonst wird das wieder kalt. Okay. Deswegen, man muss immer wieder Holzkohle nachlegen. Damit das nicht kalt wird. Und dann muss oben im Bereich bleiben. Und dann dauert es einen Moment bis... Genau, du musst jetzt wieder Holzkohle nachlegen. Genau, da muss oben eine Zeit lang bleiben, bis es rausfließt. So. Und so macht man Stahl im Prinzip. Du kannst was oben drauflegen, das automatisch mit einziehen, vielleicht. Du kannst doch einen Hopper bauen. Ja, genau. Ich zeig's euch mal kurz. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist der Blast Furnace. Das ist im Prinzip der letzte Ofendienst, den man braucht bei Terrafirm Craft, um die höchsten Tears zu erreichen. Wir hatten letzte Folge ja schon gezeigt, wie man Blaustahl und Rotstahl macht. Da braucht man halt auch eine Blumerie. Da muss man das halt mischen. Ist ja eine Legierung, Blaustahl und Rotstahl und so weiter. Und wir haben ja vorher in der letzten Folge schon gesagt, dass man halt zu viel farmen muss, wie Nickel, Silber. Was wir überhaupt noch in einem Jahr nicht gefunden haben. Das kommt ja noch dabei. Das heißt, wir müssen das erstmal alles suchen wieder und farmen und das und das. Und im Prinzip die Tears sind ab jetzt, also ab T3. T3 ist eigentlich das, was man braucht, um alle Sachen zu bauen, die hier stehen. T4, T5, T6 sind eigentlich nur noch da, um bessere Werkzeuge zu kriegen oder Waffen, was auch immer. Im Prinzip braucht man es nicht. Klar braucht man die theoretisch bei Technofirma für die anderen Mods, braucht man die Sachen natürlich auch. Aber dazu wollten wir ja gar nicht mit anfangen. Wir wollten eigentlich nur Terrafirm Craft zeigen. Weil sonst wären wir halt mit Energie und Maschinen und... Die Kuh ist immer noch schwanger. Wir wissen leider nicht, wann sie austreibt oder wirft, wie auch immer. Okay, ich verstehe nicht. Das geht immer noch auf leicht weiß und dann geht es wieder runter. Ja, sicher. Du musst aber die ganze Zeit pumpen. Deswegen könnte man eigentlich den Stuhlstein hier wegmachen. Den hier. Den. Und dann könnte man von hier aus immer die ganze Zeit pumpen. Hast du? So, Holzkohle ist genug. Ja. So, und irgendwann kommt der Punkt, dann ist er fertig und dann fließt er runter. Und dann musst du quasi eine gewisse Zeit auf weiß halten. Genau, der muss eine gewisse Zeit auf der höchsten Temperatur stehen, damit der rausfließt. Das heißt, du musst wirklich die ganze Zeit pumpen hier. Und das ist schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja. Alter, ist ein Crack-Tag und Trace-Tag dagegen. Aber wie ich gerade sagen wollte, wie gesagt, hier 5, 4 bis 6 ist im Prinzip nur noch Verbesserung für Werkzeuge, Waffen und so weiter. Im Prinzip keinen Sinn mehr für uns, weil wir wollten eigentlich nur die ganzen Öfen bauen, damit wir euch da zeigen können, was die machen. Ich habe das schon wieder auf mit Rumpen. Ja, ist ja gut, ich mache ja schon. Ist ja in Ordnung. Schreit er mich hier an. Ach, da oben liegt noch Kohlobst. Ja, ich habe oben draufgelegt. Jetzt wird da oben wieder kalt. Es regnet. Hui. Ich habe da ganz viel hingelegt, also. Das werde ich auch noch beschlagen hier. Toll. Sorry, das musste jetzt nochmal sein. Jetzt habe ich auch noch ein Schwert weg. Ach, ne, da liegt das. Was? Schnell weg. Au, das macht mir richtig besser. Schade, ey. Ja, weiß ich. 250 war das. Das hat sich abzogen. Ja, wir machen jetzt mal ein Schlusswort noch, würde ich sagen. Und ein Eise fehlt auch noch. Ja, aber ihr braucht nicht drauf, ist ja noch sonst irgendwas. Wir haben auch schon drüber gesprochen, wenn wir weitermachen. Wir warten uns auf jeden Fall. Also, es wird auf jeden Fall, wenn wir gemeinsam ein Projekt weitergehen. Definitiv. So viel steht schon mal fest. Ich denke, das kann man schon mal sagen. Was es sein wird, müssen wir nochmal gucken. Lasst euch überraschen. Wir haben letztendlich jetzt noch nichts rausgesucht. Ah, es fließt gerade. Was denn auch, was der Nachfolgeprojekt sein wird, wie gesagt, es wird definitiv... Ja. Äh, als Together Raider gehe irgendwas, irgendein Mod-Pack. Nach mir geht immer ein Quest-Pack, aber ich bin dann nicht alleine gefordert. Ja, wir werden auf jeden Fall was finden. Ja, wir werden auf jeden Fall was finden. Ich denke auch. Ja, ich sage auch nochmal kurz was zum Schluss. Terra 4 im Craft ist natürlich ein sehr schönes Mod-Pack, weil es sehr realistisch auch gehalten ist. Ja, und das war der Grund, warum ich... Das war eigentlich meine Idee mit dem Terra 4 im Craft-Spiel, weil ich wollte es einfach mal machen. Das Problem ist halt, wie gesagt, man muss ja extrem viel farmen. Ist halt für ein Let's Play nicht so geil, muss man ehrlich sagen. Wir bedanken uns auf jeden Fall auch an die Leute, die es verfolgt haben, die Spaß dran hatten, wie wir manchmal gefailt haben, wie wir auch farmen waren und so weiter. Wir hoffen, wir haben euch dann auch ein paar Sachen gezeigt, wie man hier auf die verschiedenen Tiers kommt, wie man mit der Nahrung, wir haben ja die Kuh vermehrt im Prinzip, nur die hat er halt noch nicht geworfen, die Dame. Ansonsten haben wir ja dann noch Holzkohle gezeigt, wie man das macht, wie man Minen baut, alles mögliche. Ich habe euch sogar hier das mit diesen Waschrinnen gezeigt, am Anfang weiß ich noch, die haben ja dann irgendwann nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Ja, ja, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als wir Sandquaschen haben und so weiter. Und dann auch mit der Goldgräber schüsselt, oder wie die heißt da. Genau, die haben wir auch noch benutzt, genau. Wir haben im Prinzip Terra Firmencraft wirklich einiges gezeigt. Es gibt natürlich noch andere Sachen, wie man Alkohol braut, das haben wir aber letzte Folge gerade schon gesagt und so weiter und so fort. Das kann man ja auch alles nochmal, Sandwiches machen. Wenn man nicht so Alkohol trinke, genießen wir eigentlich die Früchte einfach pur, wie die Natur in sich geben wird. Genau, und man hätte dann noch Sandwiches machen können und all so was. Genau, Leder haben wir auch noch gemacht, ach, wenn wir alles hier gemacht haben im Prinzip. Lederrüstung und so weiter, klar. Metallrüstung haben wir jetzt nicht gemacht, muss ich auch noch zu sagen. Das ist einfach, wir haben ja gesehen, ich habe es ja vorher gezeigt gehabt, durch die Eisenschmiedenplatte, wenn wir jetzt, schau mal. Kannst du mal kurz nochmal, Eisenrüstung oder Rüstung? Ich gucke jetzt einfach mal, hier ist es zum Beispiel, oh, ja Entschuldigung, jetzt habe ich mir aus Versehen noch nicht gegeben. Brustplatte. Genau. Weil die Eisenschmieden auch mit Brustplatte zum Beispiel. Man muss die halt einfach, die Sachen, also Rüstungen baut man hier mit diesen Sheets, zum Beispiel habe ich jetzt Bismut angeklickt, Bismut Double Sheet, würde man zum Beispiel eine Chestplate bauen, die muss man dann nochmal schmieden, zu einer richtigen und dann hätte man im Prinzip eine Bismut Brustplatte. Und da steht zum Beispiel auch Brassiannwil ab, das heißt, es geht also auf dem Brassiannwil auch schon. Ja. Und man sieht jetzt zum Beispiel aus der doppelten Schmiedeiseplatte kriegen wir eine unvollendete Schmiedeiseplatte. Und dann müssen wir dann die gewisse Zusammenschmiede mit dem doppelten Schmiedeiseplatte und da gibt es dann letztendlich die unvollendete raus. Ne, ne, du musst mit den Doubledingern musst du so die unfertige machen und daraus kannst du dann die fertige Schmieden. Ja, aber wenn ich jetzt draufgehe, wenn ich draufgehe, das sind auch zwei unterschiedliche Nummern. Aha. Ne, bei mir ist das aber, wenn ich jetzt unfertige drücke, so, die machen wir noch so ein Doppel. Schmiedeiseplatte ist eine Brustplatte, schaust. Schmiedeisone, ja. Und dann zeigt dir hier die unvollendete, wenn du die anklickst, dann zeigt dir hier die unvollendete und doppelte Schmiedeiseplatte gibt unvollendete. Mit Schritt 1, Schritt 2. Achso, das ist, ja, die Stage, ja, du musst die zweite haben. Du musst die zweite dann nochmal machen. Ja, da brauchst du jetzt erst die erste. Genau. Plus das Schmiedeiseplatte, dann kriegst du die zweite, dann musst du nochmal schmieden, um dann die... Genau, zu den Opferlinden, genau, richtig. So ist es richtig, ja. Allerseits, das ist, da brauchst du quasi wie im Minecraft-Auto, brauchst du zwei, vier, sechs, sieben, sechs Eisen, aber das ist ein wenig schwerer zu kriegen. Vier. Letztendlich wie im normalen Minecraft. Vier. Acht brauchst du. Acht brauchst du für eine... Also acht Eisen müsstest du jetzt haben für eine fertige Brustplatte. Ja, acht brauchst du aber auch im Minecraft. Ja. Sag jetzt mal. Ja, brauchst du sowas, das reicht. Für die Sache her. Für acht Stück brauchst du das richtig. Ja, so würde man halt eine Rüstung machen, aber das wollten wir jetzt nicht unbedingt machen, weil das ist... Im Endeffekt ist das nur Schmieden. Das könnt ihr auch alle selbst machen. Eben. Ja, wie gesagt, wir hoffen, ihr habt einen kleinen oder einen größeren Einblick in Terra 4 im Kraft gekriegt. Ähm, wir haben ja auch einiges gemacht. Auch selber sogar gemacht. Bis auf den Blast Fairness jetzt. Den Blast Fairness haben wir uns jetzt wirklich ercheatet. Ja, alles andere haben wir uns erarbeitet. Alles andere haben wir uns erarbeitet. Die Blume war ja der letzte... Der letzte Ofen, den wir uns zusammen gefarmt haben. Schweiß, das letzte, ja. Genau. Ich weiß noch, wie man da drin standet und nicht rauskam. Und dann waren wir halt auf Eisensuche, was aber extremst aufwendig ist. Und wir auch irgendwann auch die Lust daran verloren haben, weil... Wenn du halt wirklich nichts findest. Genau. Wenn du jetzt Stripminer geh erkündigst wie Minecraft oder sowas, normale Minecraft, dann sagst du, du findest wirklich Hammermann. Oder wenn du wirklich wie Kupfer wirklich einen Arm finden würdest, dann wäre ich noch mal was ganz anderes. Aber du findest ja echt nichts. Es ist auf Deutsch gesagt einfach zu ermürbend. Und für ein Let's Play einfach... Ja. Es ist wirklich beim Let's Play jetzt der Punkt, wo man wirklich sagen muss, es macht keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen. Und ihr habt ja bei mir zum Beispiel gesehen, wie lange ich rumgelaufen bin, bis ich mal überhaupt was gefunden habe. Das kann mir auch nicht... Und wie lange habe ich? Ich habe drei Folgen lang gegraben für fünf, sechs Eise. So, ich gebe jetzt erstmal eine Tomate, ich habe Hunger. Ach nee. Gib die Tomate ja, du. Und essenmäßig haben wir extremst gut eigentlich die Sachen gehabt, aber da braucht man halt nur suchen. Dann findet man auch alles. Muss man ja sagen, wir haben ja auch alles gesucht und gefunden im Prinzip. Wir haben ja richtig viele Obstbäume noch gehabt. Da hinten mit Pflaumen, mit Zitronen, Äpfel, ich weiß gar nicht, und Kirschen glaube ich auch. Die Kirschen sind aber leider noch nicht gewachsen. Oliven. Genau, Oliven haben wir auch noch gehabt. Ach, wir haben richtig viele Bäume hier noch gefunden gehabt. Und ja, und ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal. Wir beenden jetzt Technofirma. Wie der Schwabe schon gesagt hat, wir werden uns natürlich ein anderes Modpack suchen. Oder ja, ein anderes Projekt werden wir wahrscheinlich aufziehen. Das wird dann in zwei Tagen ganz normal zur gewohnten Zeit einfach anstelle von Technofirma. Genau, es kommt dann genau an derselben Stelle, zur selben Uhrzeit, wie Technofirma jetzt, auf dem selben Kanal. Und ja, wir werden... Wie gesagt, was es sein wird, wir wissen es selber noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen drüber unterhalten und suchen, was ich anbieten würde. Gut. Irgendwas müdliches vielleicht. Ja, vielleicht mal nicht sowas schweres, ja. Ja. Wo man vielleicht mal ganz normal farben kann. Ich bin zuversichtlich. Vielleicht auch, bis wo der Erd einfach vom Himmel regnet oder so. Genau. Alles klar. Gut. Wie gesagt... Also in diesem Sinne... Genau, mach du. Sorry. Mach du. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns jetzt mittlerweile 56 Folgen uns die Treue gehalten habt. Ich hoffe, wie ihr schon sagt, ihr konntet euch ein bisschen was zeigen. Schwerpunkt ist ja eigentlich der Banose, weil er ist ja da mehr oder weniger der Profi eigentlich, was Modpacks anbelangt. Und... Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt, wie realistisch Minecraft doch durchaus sein könnte. Und... Ja, man kann sich drüber streiten. Letztendlich, ich möchte da nicht allzu viel mehr sagen. Es wurde die Folge doch wieder elends lang. Bis so jetzt schon. Ja, wenn ich anfange mit reden kann, höre ich einfach nicht mehr auf. Ich kenne mich ein bisschen. Bei dem merkst du, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir, Banose. Ja, bei dir bedanke ich mich natürlich auch. Und... Wie gesagt, schau beim Banose auf dem Kanal vorbei. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Modpack wieder, was auch immer das sein wird. Genau. Ich danke euch. Jupp, ich sage jetzt einfach nochmal Tschüss. Tschüss.